KACHIM! BAMS! Endlich! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Candle und wir haben wieder diesen komischen Typen gefunden mit dieser komischen Box. MAMBALAKUN, CHUPITAKAKA CHITIPI, CHIPOTE CHU 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 CHATA A-A-A-A-A-A-A-A Er war ein Kollektor von wunderschönen Objekten. Teku konnte ihm fragen, was er für die Dinge geschaut hat. Entschuldigung, ich hoffe, ihr hört die Kirche hier gerade nicht im Hintergrund so ein bisschen bemmelt. Ich habe da nicht dran gedacht. Es tut mir einfach leid, Leute. Ich versuche das mal zu überspielen. Ich werde auch kurz was trinken. Wir haben es verstanden, dass du da was sammelst. Hä? Wieso? Ich verstehe jetzt nicht, äh... Ah, wir können aber unten im Badehaus die Kerze offen machen. Also okay. Ja, die Kirche hat schon aufgehört. Nein, ich wollte nicht mit dem reden. Das wissen wir ja schon nicht wollte. Achso, brauchen wir nicht nochmal aufmachen, Subi. Da müssen wir bestimmt gleich irgendwie wasserkomisch leiten oder so. Ich sehe es schon kommen. Ich sag es doch. Ah, das ist aber ein Spiel. Okay, wo muss das Wasser denn hin? Ach, wir haben einen Plan hier an der Seite. Müssen wir dieses Stück suchen? Können wir die auch drehen? Oh, fuck. Okay, wir nehmen diesen Stein. Spielsteine ausfließen. Oh mein Gott, wir müssen die auch noch so verschieben. Dann haben wir das da schon mal. Als nächstes muss der da. Ah, das wollte ich nicht. Der da, da hin. Ist das da? Ich hoffe schon, oder da? Oder müssen die hier vielleicht einen nach unten? In meinem Leben, wie ich bin? Ich habe ihn nicht gelesen, oder? Da war's nicht schon bald. Ich habe ihm geschmackt. Ich habe ihn nicht von denen. Zu viel zu张, warum ich auch in der Hitze habe. Ich habe ihn nicht von denen. Ich habe ihn nicht gemerkt. Im Minh und ich bin, ich kann mit mir ansprechen. Er hat mir nochmal gelegt. Ich bin nicht zufrieden. Ich habe ihn nicht. Das sieht schon irgendwie richtiger aus. So, da muss der hin. Es ist der. Nee. Verlassen. Machen wir mal verlassen. Können wir jetzt nochmal von vorne anfangen? Scheiße. Ach egal, machen wir einfach so weiter. Denn ist das da nicht der. Das sieht nach dem da aus. Ich glaube, es ist noch vor allem ein bisschen Reisungen liegen. Wir sind hier mit Kleppner. Nee, der muss da hin. Du bist da hat. Das ist gar nicht der. Das muss so sein. Das ist auch nicht der, obwohl doch das kann der sein. Aber das ist verkehrs herum. Dann müsstest du ja der sagen. Oh, ja. Das muss so sein. Das muss so sein. So, den haben wir. Dann brauchen wir da so ein Eckding. Eckding, Eckding, Eckding. Einfach nur so ein stinknormales Eckteil. Achso, ne. Das hat da doch noch eine Kreuzung. Also ein Eckteil mit einer Kreuzung. Da. Das sieht richtig aus hier. Dann brauchen wir unten so ein Wurmteil. So eins. Machen wir da das da. Da. Da unten eine Ecke. Da. Ah. Das da in der Ecke und dieses Teil da unten. dann haben wir die Leitung hier auch schon mal. Das war nicht so schlau. Die Ecke auf jeden Fall fertig. Da muss jetzt nur ein kleines. Da. Da ist es. Ja, das funktioniert auch in so einem Doppler. Ein gerader Doppler. Den haben wir da unten. Machen wir das da hin. Den hauen wir da oben hin. Und das hauen wir wieder da oben hin. Äh. Wird ja den geraden Doppler. Dann brauchen wir da nur so einen. Hm. Ah, das da. Ja, ja. Ich muss nur aufpassen, dass wir die wirklich, ups, immer zusammen lassen. Die zusammen gehören. und suchen wir nachher noch mal von vorne einfach. Das brauchen wir da. Das brauchen wir da oben. Das brauchen wir da. Das brauchen wir da. Also da kommt das da hin. Das da hin. Und kaboem, so. Unten brauchen wir sogar das. Geil. Drehen wir einfach mal. Lol, das hier ist schon richtig. Ah, wir haben das zu der Ecke vergessen. Mit Fluch verschieben. Wo kommt das hin? Das kommt hier unten hin. Mist. So, das haben wir jetzt hier. Das ist da oben auch falsch. Das muss wieder zurück. Wo muss das eigentlich hin? Fuck. 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 So, da muss da unten. Das da. Schwer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das muss da unten, das da hin kann, das da hoch, das auch da hoch, das da hin. Wo muss das denn jetzt hin? Das ist da richtig. Das hier ist da richtig, das muss da hin, das muss das da, da unten hin. Ah! Ah! Wie heißt das mal kompliziert sowas? Fuck! Ah, Müll! So, der muss auch hier hin. Das ist so richtig, aber der muss doch da. Ah, wir haben es gleich, wir haben es gleich. So. Hm. Katsching! Bam! Endlich! Jetzt blubbert es da, oder was? Schön warmes, lauermes Wasser. Badewasser. BÄMS! 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 Oh없! Wich kommen noch einmal nach oben und fangen zu das da genau da an. Wollen wir hier noch irgendwas nehmen? Gibt es hier noch irgendwas? Oh-leu, wie kann der rüberhüpfen? Geil. Bärchen, 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 Bärchen. Lol. Ja, geil, Mann. Alter, wer ist das denn? Was ist das denn für ein Schwammelkopf? Alter Schwede. Oh mein Gott, Erdbeben. Er will die Seife. Er will ein Schaumbad. Boah, was soll mir denn die Seife nehmen? Boah, er soll mir so viel Seife nehmen. Vielleicht oben noch Seife. Aua, jetzt sollen wir die Seife nehmen. Mit dem Rezept zu wissen, alles gut. Er will Seife, ja. Seife. Seife, Seife. Was ist Seife? Oh mein Gott. Was soll mir denn so viel Seife nehmen? Wir speichern lieber erstmal hier. Ich hab keine, dass das Rätsel nochmal neu zu machen. Vielleicht können wir da irgendwoher die Seife nehmen. Ich weiß leider nicht mal, was da drin war. Oh. Das haben wir auch schon gemacht. Vielleicht kann der uns ja Seife geben. Ja, supi. Seidevollen Fahrt. Seife. Wo kriege ich Seife her? Alter, komischer Kauz. Ich schlafe unter einem Baum. Und ich schlief und dann plötzlich... Was fiel darunter? Ein Dings. Das sieht aus wie Hundescheiße. Kann man das essen? Ich fähre es am besten mal zurück. Das kann man zu Seife verarbeiten oder was? Äh, okay. Ähm. Ich speichere hier nochmal. Und ich weiß jetzt nicht, was der mir damit sagen wollte. Aber okay. Vielleicht mag der mir ja mal eine Scheibe da schlagen, damit ich... Er wird dir in die Tür passt. Dann könnte ich da vorne raufschlagen mit dem Schläger. Den muss ich ja nicht holen. Er will erst sein Ei wiederhaben. Okay. Was ist, wenn ich ihm das gebe, diesem komischen Typen? Entschuldigung. Ja, ich weiß, dass du Seife willst. Meine Fresse. Alter, war alter. Alter. Alter, war alter. Nein. Okay. Nein, nein, das wollte ich nicht. Wow. Ich habe jetzt, ich muss nochmal zu dem Schamano untergehen, weil ich habe jetzt nicht verstanden, was der von mir will, wie ich an diese blöde Seife rankomme. Ja, sie sammeln seltene Gegenstände, I know that. Komisch. Wenn ich die aufmache, kann ich die irgendwie aufmachen? Allerdings gab es, die Schale war so hart, dass es nicht einfach in das köstliche Innere hinzukommen. Und tausche, ah, wir müssen die Nuss zu, wir müssen die Nuss knacken. Vielleicht, wenn wir den da raufsetzen lassen. Der Vogel. Der schafft das bestimmt. Jetzt laufen wir mal rüber zu Löfföbelchen. Ups. Äh, Löfföbel, schaffe ich das? Vielleicht, wenn wir unten längst gehen, oder die Nuss irgendwie? Nuss. Nein, nein. Vielleicht, wenn wir nochmal da hochspringen, irgendwie. Vielleicht, wenn wir nochmal da hochspringen, irgendwie. Wir können ja da nochmal ran, das Wasser noch mal löschen lassen. Jetzt machen wir trotzdem nochmal Wind. Nee, ich wollte... Verdammter, nee. Ich wollte da raufspringen. Ja. Geht doch. Was ist denn das? Alter, das sieht aus wie Kotze. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Hm, komisch. Hä? Oh, Leute, ich hab nicht versehen, dass ich irgendwo hintergefallen bin. Hm. Ach, egal. Denn verabschieden wir uns hier mit diesen wunderschönen Bildern vom Tod. Ich freu mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Bleib flauschig. Tschüss.